Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sammy wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir neue Herausforderungen und zwar Rift Door Herausforderungen und zwar sein mit einem Freund unter den letzten 25. Platz. Ich habe ein bisschen vorgespielt. Ich habe viermal unter dem 25. Platz gewesen, also ich bin gewesen. Wir brauchen nur noch einen, dann haben wir 5 von 5, dann haben wir 30.000 XP und wenn wir diese Herausforderungen machen, kriegen wir 30.000 XP und wenn wir die machen, kriegen wir auch die Herausforderungen. Wir brauchen eine Herausforderung mit abgeschlossen und die sind Tant. Und ja, mit dabei ist auf jeden Fall Steve. Hi. Und ja, ich würde dann sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich, Leute. Leute, wie ihr seht, wir sind auf jeden Fall hier, 21. Platz. Wir sind gestorben, wir haben die Hauser abgeschlossen. Hier noch einmal ein, äh, warte. Mann, es seht nicht, aber wir sind auf jeden Fall hier, 21. Platz. Wir haben die aus zwei Hauser abgeschlossen. Und ja, äh, ich gehe kurz zur Lobby zurück und ich sage euch die Belohnungen, wie die aussehen und was der Tanz überhaupt ist. Das ist auf jeden Fall der Tanz. Das ist auf jeden Fall der Tanz. Buck. Mann, es ist noch einmal, warte. Buck, ein Herz. Ja, schon, nice. Äh, und 30.000 XP, wie gesagt. Dann gehen wir kurz Rift-Tour und dann, zack, haben wir nichts. Die anderen kommen erst alle in sieben Tagen, wie es hier steht. Und ja, äh, somit haben wir auch die Hauser abgeschlossen. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen seid, Leute. Lasst gerne einen Like da, abonniert gerne meinen Kanal. Da ist gelockt, die ihr euch das keine Lust mehr verpasst. Und ich würde einfach sagen, so was für ein Video. Und... Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.